Der hat eine Knarre. Ja. Der eine Kollege da. Bist du da? Die haben beide eine Knarre drauf. So. Beide mal Hände hoch bitte. Shift G. Beide. Beide. Shift G jetzt. Jetzt. Kollege. Hast du nicht verstanden? Bist du tot? 3. Shift G immer noch. So. Du da hinten auch Kollege. Was ich von dir will, ist eigentlich nur deine Knarre. Der steht da hinten. Wohin? Deine. Mehr will ich nicht. Nur die Knarre. Für so einen Spruch könnte ich dich töten. Das weißt du, ne? Wenn der eine seine Hände runter nimmt, ne? Kann ich den abknallen, oder? Ist trotzdem ein Überfall. Ja. Nimm die Hände runter, geh zum Auto, wehe du zügst sie, dann bist du dran. Dachte ihm, der soll mir die Schlüssel geben. Ja, Hände runter wieder das gleiche, wie du es gerade gemacht hast. Und dann hier ins Auto reinlegen, die Knarre. Gut. Machst du nochmal so einen Spruch, dann bist du dran. 3. Ganz einfach. Ey, Benni, hast du es gesehen? Im Chat hast du es wieder hingelegt. Benni, da kommt was angeflogen, ne? Ich sehe es. Weißt du, Dietrich abgebrochen? Ich hab nur noch einen. Die schützen ab. Idioten, Alter! Basti, die haben gerade einen Abflug gemacht. Sind jetzt alle tot? Ähm, kannst du mir die Knarre mal eben hinlegen? Die Handfeuerwaffe kriegst du gleich wieder. Ich möchte nur nicht erschossen werden von dir. Ich parkiere im Boden. Wo ist denn meine Karre? 100 Meter. Lauf ich in die richtige Richtung? Wer schießt in unsere Richtung? Keine Ahnung. Basti, laufen, laufen, laufen. Es wird auf uns geschossen. Mehrere Leute. Wer, ich nehme so nicht mit? Mehrere Leute, Basti. Ich verpacke meinen Rucksack, ne? Ja, ja, ja. Wurdest du getötet? Ja. Wer folgt mich noch, Benni? Lebst du noch? Ja, noch lebe ich noch. Ich war so ein Rucksack. Okay. Das bringt eh nicht viel. Wo ist der? Werner Ahnung, der ist hinter mir her. Wo bist du? Ich sehe dich ja nicht. Werner Ahnung, wo ich will nicht rennen, nur. Hier ist deine Karre? Ja, meine ich bin nicht bei meiner Karre. Ich renne einfach gerade weiter, weil es weifelt. So, den habe ich auch plattgewixt. Tot? Ich habe den plattgewixt, ja. Polizisten, der braucht Verstärkung. Der Polizist, die brauchen Verstärkung. Hallo? Sie ruckeln rum. Die brauchen Hilfe. Kommen Sie her. Was war das denn jetzt? Ja, was war das wohl? Ich habe gerade die Sportage weggeklaut. Was ist die? Was willst du damit? Da sitzt doch ein Bulle drin. Also, wenn du mal den verkaufst. Ich habe mal eine Frage. Hallo? Hallo? Kann ich mit Ihnen reden? Also. Okay. Wo bist du, Basti? Ich bin hier. Wo bist du? Wo fesseln? Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Ich frage ihn da, wo ich ihn immer parke. Was steht da erst noch? Oh jo. Pass auf, ich rame den jetzt. Oh, das ist ein Ende. Oh, oh, oh. Das ist ein Ende. Ich habe gerade gemordet. Warum rennst du da rein? Warum rennst du da rein? Lass dich wieder benehmen. Zeh Minuten zum Respond. Was?